Hallo und willkommen bei Hardware-Rat. Ich habe mich auf der Arbeit mit ein paar Kollegen über eBay Kleinanzeigen-PCs lustig gemacht und es ist mir die Idee gekommen, ey, das kann man doch eigentlich auch als Video machen, das ist eigentlich ziemlich amüsant, was es da alles gibt. Und ich glaube, sowas gibt es noch gar nicht. Also klar gibt es eBay Kleinanzeigen-Fails, aber jetzt noch nicht im PC-Bereich, so wie ich es gesehen habe. Und ich dachte mal, ich probiere es aus und gucke mal nach, was ihr davon so haltet. Auf jeden Fall ist eBay Kleinanzeigen eine coole Plattform, wo auch viel an Hardware verkauft wird und so weiter. Dort bekommt man teilweise schon gamingfähige Grafikkarten für 60 Euro. Man bekommt aber auch teilweise genau dieselbe Grafikkarte für 120 Euro. Also es ist ein ziemlicher Mischmasch und genauso gibt es bei dem PC-Angeboten sehr amüsantes. Ich habe jetzt mal nachgeguckt, alleine an dem Tag, wo das Video jetzt aufgenommen wurde, wurden 250 Artikel mit dem Begriff Gaming-PC eingestellt. Also da geht auf jeden Fall ganz viel und deswegen findet man auch ziemlich viel Lustiges. Kandidat Nummer 1 ist ein Gaming-PC mit einer sehr guten Ausstattung, aber nicht nur das, ist es auch ein Unikat. Was daran ein Unikat sein soll? Naja, er hat ein Bitfenix Shinobi genommen und selber mit Carbonfolie bezogen. Das allerdings jetzt vielleicht nicht so sonderlich gut. Es ist zwar jetzt nicht sonderlich katastrophal, man sieht aber an den Spalten sehr gut, dass es foliert wurde, was das Ganze eigentlich auch wieder ziemlich hässlich macht, finde ich. Außerdem sind in der Folierung auch ein paar Unebenheiten drin, was es nicht ganz so geil macht. Darin verbaut ist ein i5-6600K, eine R9-280X, eine Samsung 970 EVO Plus NVMe SSD, eine 2TB SSHD von Seagate und eine 2TB Festplatte. Als Kühlung für den Prozessor wird eingesetzt eine Corse H2 H45. Das wird vielleicht vielen nicht sagen, das ist eine kleine 120mm Wasserkühlung, die setzt du nur unter zwei Szenarien ein. Das erste Szenario ist, du hast ein verdammt kleines Case und eine normale CPU-Kühlung passt nicht. Oder du baust sie ein, einfach um zu sagen, dass du eine Wasserkühlung hast, weil die ist echt nicht gut und wird von vielen 30, 40 Euro Luftkühlern einfach zerfetzt. Viel interessanter ist aber der Text. Dort steht nämlich, Betriebssystem ist Windows 10 Home in der 64-Bit-Version. Dieses ist natürlich legal und durch die digitale Lizenz, in Klammer ISO des Systems, befindet sich auf der HDD. Der wird damit wahrscheinlich den Installationsplatz für Windows meinen. Ich denke mal nicht, dass er damit meint, ein ISO abbildet, einfach als eigene Datei auf die HDD. Das glaube ich jetzt erstmal nicht. Ich denke, er meint wirklich, er hat Windows 10 auf der Festplatte installiert, obwohl er eine SSHD drin hat und eine verdammt schnelle NVMe SSD. Das macht man so nicht. Das nächste Goldstück ist ein Gaming-PC und hat 8 GB RAM. Die Beschreibung ist auch sehr aufschlussreich. Gaming-PC schafft den Black Ops 4 240 FPS, hat eine GTX 1550 Ti, Asus-Mainboard, verbraucht 400 Watt, hat 4 Lüfter. Er meint wahrscheinlich eine GTX 1050 Ti von Asus und entweder er hat einen verdammt kranken Prozessor drin oder sein Netzteil ist scheiße ineffizient oder er hat bei der Wattangabe gelogen, weil ich glaube eher weniger, dass man mit einem 1050 Ti-System 400 Watt verbraucht. Außerdem ist es natürlich sehr interessant, 240 FPS im Black Ops 4. Auf welchen Einstellungen? Hä? Das Netzteil sieht von Weitem auf jeden Fall aus wie ein Böller. Das Gehäuse ist ein billiges Sharkoon-Gehäuse mit einer 1050 Ti. Da weiß man, der ist 750 Euro wert. Vielleicht kann man ja noch 20 Euro runterhandeln. Der nächste PC ist ein PC-Gaming Acer Aspire für 60 Euro. Die Beschreibung ist auch recht super. Es ist ein i5 mit 3,2 GHz drin. Laut dem Aufkleber auf dem PC müsste es ein Sandy Bridge sein, also einer der 2000er Generation. 4 GB DDR3 RAM und eine HD 5570 mit 1 GB Videospeicher. Die Grafikkarte, als sie rauskam im Jahre 2010, war schon keine Gaming-Grafikkarte. Die hatte einen Neupreis von rund 60 Euro. Und nein, heute ist sie auch keine Gaming-Grafikkarte. Hauptsache Gaming im Titel stehen haben, damit kannst du aber fast nichts zocken. Jetzt kommt ein echt aktueller Gaming-PC, nämlich ein AMD Ryzen 3000G mit Vega-GPU sogar. Mit einer 240 GB SSD und 8 GB RAM. Gaming versteht sich. Die Beschreibung ist auch relativ cool, eignet sich zum Einsatz als Gaming-Einstieg im E-Sports-Bereich. Siehe Screenshots. Auf den Screenshots sieht man Velovent, CSGO und League of Legends mit relativ hohen FPS. CSGO auf einer Bot-Map, wo er glaube ich alleine ist. Beim Prozessor steht übrigens dran 3,8 GHz, obwohl der keine 3,8 GHz hat. Also er hat ihn wahrscheinlich zum Testen übertaktet. Die Komponentenliste ist ein Ryzen 3000G, den gibt es nicht, er meint ein Adlon 3000G mit einer Vega-3-Grafikeinheit. Ein Gigabyte B450-Bort, 8 GB Dual-Channel-RAM. Einer 240 GB Patriot Burst SSD. Ein BeacWide System Power 10 400 Watt Netzteil. Das Netzteil gibt es ebenfalls nicht, er meint ein System Power 9 Netzteil wahrscheinlich. Intertech-Gehäuse und dann noch zwei Lüfter. Der PC wird angeboten für 295, der Neupreis der Teile, der liegt darunter. Was ich hier dreist finde, dass er als Gaming-PC verkauft wird, in der Beschreibung er nochmal fett als Gaming-PC deklariert wird. Obwohl einfach ein fucking Adlon drin ist. Eine 60 Euro APU, die eigentlich quasi nichts drauf hat. Weiter geht's mit einem Gaming-PC-Upgrade für 550 Euro Verhandlungsbasis. Und das Upgrade hat's echt in sich, nämlich ein MSI Z97 Gaming 7 Mainboard, was neu 200 Euro kostet. Ein Xeon E3 1231 V3 Prozessor. Dieser kostet nämlich neu 280 Euro und ist äquivalent zum i7 4790K, also quasi gleich stark. Und als Arbeitsspeicher von geil 16 GB 2400 MHz DDR3 RAM. Dieser kostet neu 180 Euro. Das macht zusammen 660 Euro, aber der Verkäufer hat ja das Angebot schlechthin herausgehauen. Er verkauft es nämlich für nur 550 Euro. Gut, die CPU hatte einen Neupreis von rund 230 Euro. Vielleicht hat er schon eine Inflation mit reingerechnet, kann ich mir so denken. Aber auf jeden Fall ein Top-Angebot, wenn es das Jahr 2014 wäre. Vielleicht hat er sich auch nur verschrieben, vielleicht meinte er eher Gaming-PC Downgrade und nicht Upgrade. Weiter geht's, das nächste Angebot für 1150 Euro Verhandlungspasses, ein Gaming-PC von Captiva mit Maus und Tastatur. Wie aus der Beschreibung herauszulesen ist, man bekommt eine Tastatur, die G512 SE und eine Maus, die MMAX Gaming Maus und ein PC von Captiva. Also ein PC von Captiva, ne, für 1150 Euro. Hier bekommt man also nicht nur irgendein Captiva-PC, man bekommt genau den Captiva-PC. Hier noch was anderes, abseits von Gaming-PCs, nämlich ein Gaming-Mikrofon für 80 Euro. Und das Mikrofon ist anders als die anderen, weil es ist für Gaming, ne. Das ist nicht, das funktioniert nicht wie ein normales Mikrofon, weil es extra für Gaming ist. Ja, mit normalem Mikrofon könnt ihr nämlich nicht zocken, mit diesem Mikrofon schon. In der Beschreibung ist aber auch nochmal ganz klar deklariert, dass es für Gaming ist und in einem Top-Zustand. Und jetzt Leute, haltet euch fest, es kommt jetzt das eBay-Angebot. Ein, in Klammern neu, Hardcore-Gaming-PC RX 580 8GB plus i3 plus 16GB DDR4 plus SSD plus HDD. Und das Ganze für unschlagbare 690 Euro Verhandlungsbasis. Zur Beschreibung, jetzt wird's auf jeden Fall hart, ein Hardcore-Gaming-PC. Intel i3-9100F, vier starke Kerne, vier starke Threads, 14nm Technologie, Intel Turbo-Boost-Technik, hohe Single-Corp-Leistung, perfekt für extremes Hardcore-Gaming. Außerdem nutzt man natürlich nicht den Boxkühler, nein, ein Arctic Freezer-Kühler ist gleich mit dabei. Hier zu sehen, den hammerkrassen Arctic Freezer-Kühler. Aber es geht natürlich noch weiter, 16GB Premium-Arbeitsspeicher von G-Skill, 3000MHz, extrem schnell, im RED-Design. Hier auf dem Bild erkennbar, es handelt sich um den gefürchteten Premium-Aegis-Arbeitsspeicher von G-Skill mit 3000MHz. Aber nicht zwei Sticks, nein, es ist echt Premium, nämlich das Ganze wurde nur auf einen Stick gepackt. Wichtig, das Mainboard, ein Gigabyte Z390 Gaming-Mainboard. Also es gehört nicht zur Gigabyte-Gaming-Reihe, weil eigentlich ist es ein Z390D, aber es ist trotzdem ein Gaming-Mainboard. Höchste Premium-Qualität, unglaublich viele Anschlüsse, spitzen Gaming-Mainboard. Hammer. Natürlich sehr wichtig, eine 240GB M.2 SSD für extrem hohe Schreibgeschwindigkeit. Es ist nämlich exakt die hier. Okay, der M.2-Port ist irgendwie leer. Nee, sie ist hier. Das muss wohl eine sehr besondere M.2 SSD sein, die in einem 2,5-Zoll-Gehäuse versteckt ist. Aber auf jeden Fall ist hier Markenhersteller Kingdian am Start. Das war aber noch nicht alles. Mit dabei ist eine 1TB-HDD-Festplatte. Sehr viel Speicherplatz, super schnell. Aber natürlich ist auch noch ein Premium-Gaming-Netzteil, also nicht ein normales Netzteil, ein Gaming-Netzteil mit dabei, von BeQuiet Pure Power 9 mit 500W. Spitzenleistung. Hier nochmal schön anzusehen, das Pure Power 9 Netzteil. Aber es geht natürlich noch weiter. Ein super RGB-Gehäuse, steuerbar, Premium-Qualität, viele USB-Anschlüsse. Und unten noch super Optik. Dies ist mehr als nur ein Premium-Gaming-PC. Perfekt für extremes Hardcore-Gaming auf mindestens 140 FPS. Minimum, muss ich verstehen. Full-HD, WQHD und 4K. Kein Problem. Einfach ein Spitzen-Gaming-PC. Kann geliefert werden bis zur Haustüre und direkt getestet werden. Super günstig. Abschließend würde ich zu diesem eBay-Angebot sagen, super geil. Und jetzt kommen wir zu einem Fail der etwas anderen Art. Nämlich einen Gaming-PC i7 7700K. RX 5700 XT 8 GB. 16 GB DDR4 RAM für 400 Euro Verhandlungsbasis. In der Beschreibung sieht man, in dem PC ist ein i7 7700K, der geköpft wurde und schafft ein OC auf 4,9 GHz. Dazu ist ein MSI Z170A Mainboard. Als CPU-Kühler ein fetter Noctua NHD15S. 16 GB DDR4 RAM. Eine 125 GB SSD. Eine 1 TB Festplatte. Windows 10 Home. Und als Grafikkarte eine XFX RX 5700 XT Thick 3 Ultra. Ist euch denn bisher irgendwas aufgefallen an dem PC? Nee? Dann erinnert euch mal an den Preis. 400 Euro Verhandlungsbasis. Die Grafikkarte alleine kostet neu mehr, als der jetzt noch für den kompletten PC will. Brudi, dein PC ist locker 550 bis 600 Euro wert. Du brauchst ihn nicht für so billig Geld verscherbeln. Den einzigen Fail, den er aber begangen hat, ist, er hat Löcher in die Seitenscheibe gebohrt. Wahrscheinlich, weil er gedacht hat, dadurch wird der Airflow besser. Ist natürlich ein hässliches Manko, aber halt ein kleineres Manko. Sowas kann man ja prinzipiell austauschen. Und beziehungsweise ein neues Gehäuse kostet jetzt auch nicht so viel Geld. Also warum solltest du den für so wenig Geld verkaufen? Was ist da los? Und zu guter Letzt ein Gaming-PC und nicht irgendeiner. Es ist nämlich eine Höllenmaschine mit 24 GB RAM und einer GeForce GTX 1080. Der PC hat nämlich eine Wasserkühlung mit RGB, ein Corsair 600T-Gehäuse, DVD-Laufwerk, 24 GB DDR3 RAM, eine 2 TB Festplatte, ein PowerZone-Netzteil von BeQuiet, ein 4770K-Prozessor und eine GTX 1080 und Windows 10 Professional. Ein PC mit einem 4770K und einer GTX 1080 und keiner SSD drin ist bestimmt 1450 Euro wert. Und auf dem Bild steht auch noch 1650 Euro, deswegen nehme ich mal an, der wollte ursprünglich mal so viel dafür haben. Aber man muss wissen, es ist nicht irgendein Gaming-PC, es ist eine Höllenmaschine. Das war's dann aber auch mit dem Video. Ich weiß nicht, hat's euch gefallen? Fandet ihr's gut? Fandet ihr's schlecht? Soll ich nochmal so eins machen? Soll ich's eher lassen? Schreibt's gerne in die Kommentare. Ich bin über jede Kritik dankbar. Und dann würde ich mal sagen, bis zum nächsten Video. Ciao!